Wir haben einfach viel Kontakt mit den Menschen, mit den Leuten, die zu uns kommen. Und wir wollen sie immer wieder aufs Neue begeistern und überraschen. Ich bin Nicoletta, ich bin Viera Zlensky und arbeite jetzt insgesamt schon dreieinhalb Jahre für das Hiltel. Ich persönlich komme nicht von diesem Beruf. Ich habe gewaffens gelernt und hatte die Möglichkeit, als Quereinstiegerin in die Gastronomie hineinzuschauen. Ich konnte durch interne und externe Kurse profitieren. Ich konnte jetzt auch eine sehr schöne Latteart machen, was mir selber auch immer wieder sehr viel Freude macht. Wir haben ganz viele verschiedene Dienste und Schichten im Hiltel. Diese verteilen sich den ganzen Tag. Wir haben eine Frühschicht, eine Mittelschicht und eine Spatschicht. Der Grund, warum ich schon so lange arbeite, ist vor allem der Umgang mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Kulturen. Und wir haben ein super Team. Wir sind junge und dynamische Leute. Und wir haben es immer sehr lustig miteinander. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt. Und eine poete Portion Humor mitnimmt, wenn man zu uns von der Arbeit kommen möchte. Wir sollten auch wirklich vor allem den Liebungen über offen sein und fröhliche Persönlichkeit allgemein mitbringen. Wir wünschen uns auf die Arbeit kommen. Wir wünschen uns nach einer Situation. Wir wünschen uns auf die Hände.